Herzlich Willkommen in der Golf Lounge in Hamburg. Ich darf euch begrüßen zur Hamburg-Jahre hier auf unserer schönen Event-Location mitten in der Stadt Hamburg. Wir spielen das Spiel Bullseye. Ein Team besteht aus zwei Personen pro Unternehmen. Die Teams treten gegeneinander im Matchplay an. Jedes Match geht über drei Runden mit drei Bällen pro Spieler. Jeder Spieler hat 60 Sekunden, um die Bälle so nah wie möglich an die Ziele zu schlagen. Gewonnen hat das Team mit der höchsten Punktzahl. Unsere Trackman Range App erfasst jeden Ball. Je näher ihr ans Ziel schlagt, desto mehr Punkte gibt es. Die erste Runde Bullseye Golf ist zu Ende. Mich interessiert natürlich brennend das Fazit. Wie war es? Ja, in erster Linie hat es Spaß gemacht. Ist nicht so ganz meine Favoriten-Sportart. Wir haben verloren als Team. Ich war beeindruckt von dem Abschlag mit dem Hockeyschläger hier, mit dem Golfball. Der ist ordentlich weit geflogen. Ja, mit dem Hockeyschläger hat mich das jetzt nicht ganz überrascht. Also das habe ich das ein oder andere Mal auch im Training schon mal versucht. Und man hat einfach mehr Fläche als bei so einem Golfschläger. Also von daher war ich zufrieden mit dem Hockeyschläger. Dann würde ich sagen, ein sehr, sehr erfolgreicher Tag hier in der Golf-Lounge. Nähert sich dem Ende beim Bullseye Golf. Mir fällt auf, ich sehe viele, viele zufriedene Gesichter. Team Stadtreinigung, darf ich zum Sieg gratulieren, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, vielen Dank. Wie war es? Ja, hat Spaß gemacht. Ich habe einen kleinen Vorteil, weil ich ja schon Golf spiele. Und insofern habe ich das Glück gehabt, dass ich jetzt auch mich nicht blamiert habe und die Bälle getroffen habe. Genau, also Golf spielen ist natürlich schon mal eine gute Voraussetzung. Bullseye Golf war für dich aber auch eine Premiere. Absolut, absolut. Das ist nochmal eine ganz neue Spielform. Man ist nicht unterwegs auf dem Fairway und versucht die Bälle zu treffen, sondern man hat ein Ziel vor Augen. Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann wird es normalerweise ein Ziel vorisiejts Thiessen, die Bälle zugesetzten. Das ist eine Frage. Ich weiß, worauf wir die Bälle zu haben. Ich weiß, worauf wir die Bälle zu machen, dann kann man älter nicht mehr. Und dann kann man das mal klein schaffen. Haben wir das? Ich weiß, was wir machen. Ich weiß nicht. Wir haben das Wort. Wir brauchen wir für den ersten? Wir müssen hier, für die, die Ärzt gibt noch nicht mehr,